Wir sind heute schon wieder da, wir sind nicht freiwillig da, aber wir sind nominiert worden und wir haben trotzdem geschafft innerhalb von zwei Tagen, dass wir mit wieder spielen. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Jugendorchester Young Spirit für die Nominierung. Wie gesagt, da ist das Jugendorchester die KNK, die Gronstadt-Vernachwuchskapelle vor dem Ortsbrunnen in Gronstadt. Und wir haben uns heute ein bisschen gedacht, wir gehen Richtung Paris. Da darf ich weiter gehen. Die Julia, die erzählt euch ein bisschen was über die Weltreise. Genau, also unser Konzert ist bei unserem Konzert, das was wir am nächsten Sonntag im Schuhgarten aufführen. Da geht es um eine Reise um die Welt. Und da wollen wir auch heute schon ein bisschen auf Geschmack gehören. Wir sind eben da in der Karibik, in dem Gebiet von Chile jetzt. Und da gehen wir jetzt Totally Tropically zum Westen. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020